Endet der September-Sommer bald mit Blitz und Donner? Rückblick August und weiterer Trend. Hallo und Glück auf zusammen. Tja, nach einer längeren Pause durch Krankheit und kaum Zeit nun auch mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Ja, aktuell befinden wir uns unter Einfluss einer für die Jahreszeit sehr ungewöhnlich warmen Luftmasse, welche ihren Ursprung im Mittelmeer findet und durch eine sogenannte Omega-Wetterlage zunächst auch nicht ausgeräumt wird. Was ist eine Omega-Wetterlage? Klären wir alles. Die Modelle haben im weiteren Verlauf ab kommender Woche, Mittwoch ungefähr, eine Großwetterlagenumstellung auf dem Schirm und ob diese mit kräftigen Gewittern einhergeht, ist jedoch noch relativ unsicher. Wir schauen aber jetzt mal wie gewohnt gespannt in die aktuellen Karten und rückblickend auch auf den Monat August steigen jedoch ein mit einem Blick auf das aktuelle Satellitenbild. Und was soll man sagen? Keine einzige Wolke über Mitteleuropa. Und man kann hier im Prinzip schon diese antizyklonale Eindrehung dieser Wolken um dieses Hochdruckgebiet herum, welches genau über Mitteleuropa sich befindet, eben erkennen. Und wir können eben auch schon hier unten rechts noch gerade so im Bild das Tief erkennen, welches jetzt gerade über Mittelgriechenland diese unheimlich hohen Regenmengen ausgelöst hat. Also dort wurden teilweise in weniger als 24 Stunden über 750 Liter auf den Quadratmeter gemessen. Auch in dem ganzen Landesinneren, da wurden flächendeckend über 5, 6, 700 Liter auf den Quadratmeter binnen 48 Stunden gemessen. Also das ist eben das Problem. Das zeige ich euch gleich nochmal, warum das eben so ist oder war. Und dementsprechend, ja, so ein kleines Tiefdruckgebiet eben, welches dann eben mit diesem Hochdruckgebiet, welches uns gerade dieses schöne Wetter beschert, eben flankiert wird, wenn dementsprechend sich auch nicht von der Stelle bewegt und sich immer wieder eindreht. Gut, aber bevor wir damit starten, mal ganz kurz noch ein paar Worte zum Monat August, der hier in Bezug auf die Abweichung zum langjährigen Klimamittel 1991-2020 wie folgt ausgefallen ist. Wir können das hier erkennen. Im Norden war er ein kleines bisschen unterdurchschnittlich gewesen mit ungefähr so einem halben Kelvin zu kühl. In der Mitte dann relativ durchschnittlich und im Süden leicht zu warm. Unter dem Strich sind es 0,2 Kelvin Abweichung in Bezug auf das, ja, 30-jährige Klimamittel. Die Niederschläge gestalten sich so, dass der Norden bzw. der Nordosten ein kleines bisschen zu trocken war. Der ganze, also die ganze mittlere Region und auch der Süden waren deutlich zu nass. Also wie gesagt, wir haben im Mittel 151% Niederschlag bekommen, was eigentlich in Bezug auf das 30-jährige Klimamittel normal ist für den August. Diesbezüglich natürlich auch mehr Wasserdampf, also Regen, Wolken, mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und dementsprechend auch unterdurchschnittliche Sonnenausbeute mit gerade mal 87% in Bezug auf die Fläche von Deutschland, in Bezug auf diese Stationen jetzt hier. Ja, schauen wir mal auf die aktuelle Wetterlage mit der besagten Omega-Wetterlage, die ich bereits erwähnte. Und die sehen wir hier wunderbar in der 500-Tectopascal-Geopotenzial bzw. auch Bodendruckberechnung. Und da kann man eben erkennen, alles was hier rot ist oder tiefrot ist, ist sehr hohes Geopotenzial. Sprich, das ist eine richtige warme Glocke, die da über uns liegt. Also richtig hochreichende Warmluft, dementsprechend auch hohes Geopotenzial. Und dementsprechend ist auch die Druckfläche 500-Tectopascal viel weiter oben angesiedelt als zum Beispiel jetzt hier oben nördlich der Frontalzone, die jetzt hier im grünen Bereich liegt bzw. das Mittel der 500-Tectopascal-Fläche eben andeutet. Das schwarze hier ist die Frontalzone, ja. Und dementsprechend also überdurchschnittlich hohes Geopotenzial und im Prinzip auch ein Hochdruckgebiet. Und dann ist es eben so, dass dieses Hochdruckgebiet, gerade hier kann man das wunderbar erkennen, eben wie ein Omega aussieht. Und dieses Omega nennt man in der Meteorologie eben Omega-Wetterlage, weil eben das wie ein Omega aussieht und eben dieses Hochdruckgebiet hier gestützt wird und zwar von zwei flankierenden Tiefdruckgebieten. Eins liegt jetzt hier auf dem Atlantik und eins eben jetzt hier über dem südöstlichen Mittelmeerraum. Und das ist eben das Problem, dass diese Wetterlagen sehr beständig und sehr konstant sind. Das kann sich auch mal über zwei, drei Wochen hinziehen. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier in Bezug auf die nächste Woche noch bzw. bis auf die Mitte der nächsten Woche noch, haben wir jetzt hier nochmal so eine richtige Sommeratmosphäre hier in Mitteleuropa, weil eben dieses Tief und dieses Tief, also das linke und das rechte flankierende Tief, das Hochdruckgebiet jetzt hier über unseren Köpfen stützt und dementsprechend das auch sehr stabil ist. Was wiederum aber ein Nachteil ist, erlebt eben gerade Griechenland mit diesem sich hier eingrabenden Tieftruckgebiet, welches sich zwar jetzt abschwächt, aber ihr seht, es füllt sich nur ganz langsam auf und dementsprechend könnten eben durch zyklonale Eindrehungen und durch die höhere oder durch die tiefere Temperaturen der Höhe könnten sich eben immer wieder in Bezug auf das warme Mittelmeer ein höherer Temperaturgradient eben konnte sich da aufbauen und dementsprechend immer wieder um dieses Tiefdruckgebiet herum sich schauernd Gewitter bilden, die eben dann auch in Griechenland dort an Gebirgszüge geknallt sind und dort wie gesagt Staueffekte ausgelöst wurden, gewittriger, blitzdurchsetzter Regen, auch mal mit einzelnen kräftigeren Unwettern dazwischen. Und dementsprechend sind dort wirklich so hohe Regenmengen entstanden und das Ding hat sich eben hier richtig eingegraben, wird sich aber jetzt in den kommenden Stunden abschwächen. Ihr seht das jetzt hier, das Geopotential wird immer höher und dementsprechend wird der Temperaturgradient zur Höhe auch immer geringer und dementsprechend sollte auch der Auftrieb bzw. die Hebung dann nachlassen. Was man nach hinten raus aber auch sieht, das aus Nordosten, hier oben rechts natürlich immer wieder die Timeline, wenn das eben ist, zwei Stunden noch drauf gerechnet in der aktuellen Sommerzeit sind wir eben in der aktuellen Zeitrechnung. Kann man eben erkennen, dass dieses Omega jetzt hier, ja, ich gehe nochmal kurz zurück, dass sich dieses Omega immer weiter auflösen wird, es hochschwächelt quasi, es bekommt Bruchstellen, es ist gar nicht mal richtig auszumachen, es ist nur noch in der Höhe vertreten und das Bodenhoch wird sich immer weiter Richtung Kontinent verlagern und dann kommen eben immer wieder Tiefdruckaktivitäten rein. Schon in den Anfang der kommenden Woche kann man das schon erkennen, dass das Geopotential in 500 direktem Pascal abnimmt und eben immer mehr so ein kleines bisschen dann schon diese Westlage eben reinkommen wird und dann wird es eben so sein, dass immer mehr Tiefs durchbrechen können. Und ja, mal sehen, was mit dieser Geschichte hier wird. Ja, ihr seht das jetzt hier, diese Bahndrängung ist gerade westlich der Azoren hier, um den 16. September recht hoch und hier scheinen sich tatsächlich Hurricanes auf den Weg zu machen, die natürlich nicht als Hurricane für unser Wetter bestimmend sind, beziehungsweise als Hurricane bei uns ankommen, aber diese Druckgebilde, dadurch, dass sie eben so kräftig sind, können die die Berechnungen in Bezug auf unseren weiteren Trend sehr, sehr stark beeinflussen, beziehungsweise alles durcheinanderwirbeln. Denn man weiß nicht im Prinzip, wie das dann eben in den außertropischen Bereich hineingeht. Meistens ist es dann so, dass diese Hurricanes dann von Norden oder nach Norden ziehen und eben dann als außertropisches Tiefdrucksystem dann eben oder Sturmtief quasi dann in eine Kaltfront mit generieren und dann spätestens dann, wenn der Übergang in ein außertropisches Tief eben gegeben ist, kommt dann meistens manchmal so eine richtige Westwetterlage, aber eben keine Stürme oder irgend sowas. Aber wie gesagt, die ganze Geschichte jetzt hier ab Mitte September, die wird sehr interessant. Gegebenenfalls kommt da wirklich mal so eine richtige Westlage rein und man muss eben abwarten, was dieser Hurricane oder dieser Ex-Hurricane dann eben gegebenenfalls für unser Wetter dann ja so ein bisschen bestimmend ist. Was aber relativ sicher sein wird, das schauen wir uns gleich mal in der Windanalyse an, beziehungsweise in der Windprognose, dass die Azoren gegebenenfalls von diesem Hurricane eben noch beeinflusst werden könnten. Denn dort ist es eben so, dass die Kaltlüfter nicht mit reingezogen wird und dementsprechend auch die Stärke oder Intensität des Hurricanes noch voll da ist, weil da eben keine Kaltfront besitzt. Ja, schauen wir mal auf die aktuelle Temperaturen, 850 Hektar Pascal, beziehungsweise in Pi mal Daumen 1500 Metern Höhe, denn auch diese variiert in einem Hochdruckgebiet. Hier befindet sie sich gerade zum Beispiel auf 160 geopotenziellen Dekametern, was im Prinzip auf 1600 Höhe bedeutet, sprich normalerweise, wir sagen zwar immer 1500 Metern Höhe, aber in einem Hochdruckgebiet kann eben die 850 Pascal Druckfläche auch ein kleines bisschen höher liegen. Und im Tiefdruckgebiet im Winter auch weiter runter und dementsprechend sinken dann auch Schneefallgrenzen weiter ab als normal. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir sehen jetzt dieses Hochdruckgebiet und wie es eben aus Südwesten immer wieder diese warme Luftmasse reinholt. Und wir können auch erkennen, über Frankreich 20 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe, beziehungsweise jetzt hier in 1550 Metern Höhe. Und das ist schon wirklich sehr, sehr warm für die Jahreszeit. Wir können aber auch erkennen, dass eben aus Westen dann nach hinten raus, wie ich bereits erwähnte, ab Mitte der kommenden Woche sich ein Wetterwechsel bemerkbar machen wird und die warme Luftmasse ausgeräumt werden wird. Hier sehen wir unseren Hurrican. Wir sehen, das ist hier wunderbar keine Kaltfront mit drin. Und mal schauen, was jetzt zum Beispiel dieser Hurrican hier oben links macht. Ja, da kann man dann eben erkennen, wie eine Kaltfront mit reingezogen wird, sich dieses Ding abschwächt und eben entsprechend gegebenenfalls auch von einem Zentraltief, welches sich gerade hier befindet, aufgenommen wird und dann eben, ja, weiter aufgefüllt wird. Und mal schauen, was die ganze Sache dort eben mitbringt. Was natürlich auch sein kann, dass sich so ein Hurricane, beziehungsweise so ein Ex-Hurrican, dann hier so ein kleines bisschen über, oder westlich von den britischen Inseln eingräbt. Und dann eben eine Süd-West-Strömung, also quasi eine Trogvorderseite, gegen Ende September, Anfang Oktober nochmal kommt und dort nochmal richtig warme Temperaturen eben vonstatten gehen könnten. So ein bisschen, ja, Goldner Oktober oder Goldner Ende September so ein bisschen. Also wie gesagt, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass das eben auch möglich ist. Also das muss nicht immer was Schlechtes für uns bedeuten. Ja, es kann natürlich aber auch sein, dass das eben dann in Verbindung mit anderen Tiefdrucksystemen jetzt hier im Norden dann auch mal zu so einem kleineren Sturmtief eben sich entwickeln kann. Aber das ist alles, wie gesagt, bei uns in Hurricanes alles nicht möglich, weil eben wir viel zu nah an der kalten Luft liegen und dementsprechend ist alles außertropisch, da passiert nichts. Also wenn da irgendwelche Schlagzeilen kommen, Hurricane rauscht auf Mitteleuropa zu, das ist alles Blödsinn. Da braucht ihr euch nicht verrückt machen lassen. Aber wie gesagt, solche Schlagzeilen, ich sage es euch jetzt schon, sowas wird eben kommen, wenn so eine Wetterlage sich andeutet. Aber wie gesagt, bloß mal nice to know. In Bezug auf diese Niederschläge, jetzt nochmal ganz kurzer Blick, in Bezug auf die akkumulierten bzw. gesamten Niederschlagsummen bis zum Freitag. Wir sehen, das ist hier in den Bereichen, wo die Fluten jetzt im Mittelgriechenland eben einhergehen. Dort wird nicht mehr viel Regen dazukommen. Das liegt eben daran, weil sich dieses Tiefdruckgebiet auffüllt und weiter nach Süden verlagert und eben dann über dem Mittelmeer an sich bloß noch abrebend. Also es wird hier auch im Mittelmeer keine Unwettergefahr mehr geben, weil es eben alles über dem Wasser ist. Also wie gesagt, passiert nichts groß. Aber wie gesagt, über Sizilien, auch ein paar Gewitter, ein paar stärkere Gewitter sind da nicht ausgeschlossen. Aber die Lage sollte sich jetzt in Bezug auf den dazukommenden Niederschlag über Griechenland eben tatsächlich entspannen. Was aber nicht heißt, dass dort unten katastrophale Zustände herrschen. Ja, nochmal ganz kurz in Bezug auf diesen Hurricane jetzt hier, in Bezug auf den Wind. Wir sehen das Ding jetzt hier hochrauschen. Dann gräbt das sich hier ein kleines bisschen ein. Hier sind die Azoren. Ja, und dann macht er so ein kleines bisschen einen Weg Richtung die Inselkette Azoren. Und dann müssen wir mal gucken, was hier passiert. Denn dieser Hurricane, der jetzt hier oben Richtung Neufundland marschiert, mal sehen, was die eben im Prinzip jetzt, wie die sich gegenseitig so ein kleines bisschen den Wind aus dem Segel nehmen, beziehungsweise es ist einfach viel zu schwer zu prognostizieren. Aber es kann eben sein, dass die ganze, ja, Westlage dadurch ein kleines bisschen mehr Fahrt aufnehmen könnte. Aber auch, wie gesagt, eine Druckvorderseite ist nicht von der Hand zu weisen. Und die Amerikaner brechen nach hinten raus jetzt hier, das ist nur Bilder, also das ist jetzt nicht für bare Münze zu nehmen, brechen zum Beispiel jetzt hier ein Azoren hoch, was eben durch diesen nördlichen Gang dieses X-Hurricanes dann eben mit dem Zentraltief hier über Island ungefähr eben dann auch noch gestützt wird. Dementsprechend würde aber, ja, eher so eine West-Nordwest-Lage für Deutschland eben immer wahrscheinlicher werden. Muss man aber alles abwarten. In Bezug auf die Temperaturen können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Also, wie gesagt, heute Sommertag verbreitet, ja, die kommende Nacht wird nochmal schön zum Durchlüften oder kann nochmal schön zum Durchlüften genommen werden, gerade so Richtung Südosten, Richtung Bayern. Da wird es auch nochmal in den Tälern gegebenenfalls mal den einen oder anderen einstelligen Plusgrad geben können. Im Ruhrgebiet durch den Urbaneffekt fast schon eine Tropennacht, ja, und gerade Richtung Osten so um die 15, 16 Grad Celsius. Am morgigen Freitag dann wieder ein Sommertag und sogar ein Hitzetag über 30 Grad Celsius. Da kann man eben erkennen, gerade hier im Osten, so unterhalb von so, ja, 200 Metern ist sehr wahrscheinlich mit einem Hitzetag zu rechnen. Guckt mal hier nach Frankreich. Mittelfrankreich 37 Grad Celsius. Also das ist für den 8. September schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, und dann geht das eben immer so weiter. Die Nacht zum Samstag dann, die Morgentemperaturen jetzt hier, ja, im Westen und auch im Rhein-Main-Gebiet, so Frankfurt, die Gegend, da kann es auch wirklich mal zu einer Tropennacht kommen. Und gerade jetzt hier im bereits eben schon erwähnten Südosten von Bayern und auch Oberfranken, also die 12 Grad, ein bisschen kühler nochmal schön durchlüften. Dann kommt es immer, oder dann wird es immer wärmer. Ja, das ist natürlich dann so, dass wenn so eine Lüftmasse über einem liegt, dass sich dann das Ganze ein kleines bisschen immer wieder aufschaukelt. Und da geht es sogar schon bis zu über 31 Grad teilweise hier im Osten. Ja, die Nacht darauf, also quasi der Sonntagmorgen, sehr mild überall, Tropennacht, sehr wahrscheinlich im Ruhrgebiet und auch im Rhein-Main-Gebiet und gegebenenfalls auch schon in Berlin. Hier wird auch schon eine 19 Grad angedeutet. Dann ist es eben so, dass der Sonntag identisch zum Samstag sein wird, verbreitet ein Hitzetag ab 30 Grad und wie gesagt überall Sommertag. Die Nacht von Sonntag auf Montag dann im Westen, wie gesagt, weiterhin Tropennachtmöglichkeiten drin, aber auch im Osten wird die Temperatur höher gehen. Der Montag auch sommerlich, auch heiß, kann man alles machen mit Badewetter, wunderbar. Und dann kommt es eben auch so, dass jetzt eben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Tropennacht auch im Osten wahrscheinlich ist. Denn es werden sich von Westen ja durch den Wetterumschwung auch höhere Bewölkungen drüberlegen über diese Wärme dann. Und dementsprechend mit atmosphärischer Gegenstrahlung wird es nicht zu sehr auskühlen. Und dementsprechend sind auch Tropennächte im Osten möglich in der Nacht. Showdown sehr wahrscheinlich dann am Dienstag, am 12. September mit nochmal über 30 Grad Celsius in weiten Landesteilen. Aber auch schon hier sehen wir, dass die kalte Luft mit schauenden Gewittern dann sehr wahrscheinlich reinkommen wird. Und dementsprechend die Temperaturen nur noch so um die 20 Grad liegen werden. Ja, dann kommt das Ding durch und dann sehen wir auch schon, der Sommer hat sich damit erst mal verabschiedet. Ich meine, wir haben ja mittlerweile den 13. September. Und die Temperaturen sind wirklich nochmal, die kann man wirklich nochmal richtig schön nutzen. Aber danach wird es viel angenehmer. In Bezug nochmal auf die weitere Witterung, jetzt kann man das nochmal erkennen mit den Bewölkungen und auch mit den Niederschlägen. Also ihr seht das jetzt hier, das ist nochmal Samstag, Sonntag. Keine Niederschläge gegebenenfalls hier unten Richtung Alpen. Also ein kleines bisschen durch alpines Pumpen und vielleicht durch ein bisschen feuchtere Luftmasse rüberschwappend von Süden her. Dann Gewitterauslöse über den Alpen, orographisch bedingt, die sich dann gegebenenfalls auch ein kleines bisschen ins Alpen vorne noch mal reinziehen können. Aber nichts Wildes, ja. Dann ist es eben so, Montag kann man schon erkennen, von Westen her nimmt dann die Bewölkung zu. Und am Dienstag sehen wir dann eben auch, wie sich Tiefdruck bemerkbar machen wird mit so einem kleinen Bodentief über Deutschland. Und dann ist es eben auch so, dass hier wirklich ein kleines bisschen Dynamik reinkommen wird. Und die Luftmassen eben dann ausgeräumt werden mit Schauern und Gewittern. Aber wenn wir mal in die Cape-Werte reinschauen für den Bereich, dann kann man eben erkennen, also rein von den Cape-Werten her mit einer großen Unwetterlage rechne ich jetzt erstmal nicht. Dafür ist einfach die Sonne, dafür hat die einfach nicht mehr so viel Kraft und die Temperaturgegensätze sind nicht mehr so stark. Also es ist eben so, das Potenzial geht nach hinten raus natürlich immer wieder oder immer weiter runter. Aber es ist eben nicht auszuschließen, dass dennoch mal ein ein oder anderes kräftigeres Gewitter zustande kommt. Und wenn natürlich alles passt und der Westen oder die Westdüse ein kleines bisschen tiefere Temperaturen mit reinbringt und der Temperaturkontrast doch mit Tagestiming übereinander stimmt, dann möchte ich auch das ein oder andere Unwetter gerade an dem Dienstag vielleicht nicht ausschließen. Aber eine große flächendeckende Schwergewitterlage ist einfach Mitte September nicht mehr möglich. Da fehlt einfach die Energie. Wie gesagt, die größte Gewittergefahr besteht hier laut aktueller Berechnung im Süden. Aber wie gesagt, muss man alles abwarten. Das ist einfach noch ein bisschen zu weit hin. In Bezug auf den Trend nochmal abschließend ein Blick auf das Ensemble. Wir sehen jetzt hier die 850 Hektopaskaltemperaturen. Und wir sehen weit überdurchschnittlich in Bezug auf das 30 Jahre Klimamittel 1991-2020, was hier in Rot zu sehen ist. Und alle 30 verschiedenen Members des GFS-Models hier in den Bund. Und wir sehen, dass jetzt hier sehr stabile Wetterlage, dadurch, dass die eben sehr, sehr eng aneinander liegen, die Grafen, ist diese Feuersage auch relativ sicher. Bis es dann im Prinzip am 12. bzw. 13. September dann zu dem Knick kommt. Da kommt dann dieser Wetterwechsel mit Niederschlagsignalen hier unten auch. Und dann wird es eben auch relativ unsicher. Dann wird der Spread immer größer. Und man muss eben dann mal schauen, wie sich die Druckgebilde auf dem Atlantik in Bezug auf die Ex-Hurricanes dann auf unser Wetter bemerkbar machen können. Gut, ansonsten soll es das gewesen sein. Wir haben wieder fast 20 Minuten auf der Uhr. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt das Wochenende. Geht baden. Holt nochmal richtig alles raus aus dieser Wetterlage jetzt hier. Gut, bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüß